Hallo und herzlich willkommen bei BricksBuilds. Heute werden wir an den Bahngleisen weiterbauen und wie ihr sehen könnt, habe ich zwischen den Videos das zweite Gleis eingebaut. Das ganze habe ich euch erspart, falls ihr es euch aber noch einmal anschauen wollt. Das erste Gleis habe ich in der ersten Folge eingebaut. Ich habe vorhin schon einmal etwas mit Flügelteilen experimentiert, um den Schotter möglichst natürlich rüberkommen zu lassen. Und hier ist nun ein kleines Speed-Bild, wie ich den ganzen Schotter einbaue. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachdem der Schotter dann fertig war, habe ich mich an die Grünfläche gemacht. Der Grundriss stand nun und ich habe das Ganze befestigt. Jetzt fehlen nur noch ein paar Steine und ein paar Pflanzen. Nachdem alle Steine verteilt waren, habe ich mich an die Pflanzen gemacht. Leider ist mir das Handy während der Aufnahme ausgegangen. Deshalb gibt es jetzt nur eine Aufnahme, wie es fertig aussieht. Wie ihr sehen könnt, sind mir dann auch währenddessen die Steine ausgegangen. Nach einem Besuch beim lokalen Steinehändler habe ich den Bahnsteig fertig gebaut und ein paar Lücken aufgefüllt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier ist nochmal eine Nahaufnahme des Moduls. Das war's soweit mit dem Video. Später werden noch Seilzugkästen und Umlenkkästen am Bahnhof hinzugefügt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.